Es gibt eine Welt, in der wir alle verbunden sind. Alle. Überall. In der alle dazugehören. In der alle Zugang zu Informationen, Bildung und Chancen haben. Eine Welt, in der Gebäude smarter sind. In der Automatisierung die Produktivität steigert. Und die Gesundheit unseres Planeten so wichtig ist wie unsere eigene. Eine Welt, in der alle teilhaben, beitragen und mutig sein können. Wenn alle und alles miteinander verbunden sind, ist alles möglich. Cisco. The Bridge to Possible.